Für meine Tochter Von Marina Weisband Juden sind das Frühwarnsystem einer Gesellschaft, sagte mein Großvater immer. Er las stets die Zeitung. Er war immer gut informiert über alles, was geschah. Wenn du dich nicht um die Politik kümmerst, sagte er, kümmert sich die Politik irgendwann um dich. Mein Großvater hatte ein bewegtes Leben. Er kam 1906 als Jude in Kiew zur Welt, erlebte Antisemitismus, zwei Weltkriege, war selbst Generaloberst in der Roten Armee. Er rettete seine Familie vor dem Holocaust und er führte sie in den 90ern nach Deutschland. Er hat in seinem Leben alle Niederungen der menschlichen Zivilisation erlebt. Mit 90 Jahren lernte er, dass man in Deutschland Plastiktüten in die Mülleimer legt. Er brachte es unserer Familie bei. Plastiktüten in Mülleimern, Bausparverträge, Schultüten. So hatte ich Deutschland in den frühen 90ern kennengelernt. Es war so ganz anders als unser Leben, das von der Migration aus allen Fugen geraten war, in dem meine Mutter sich nachts weinend an uns Kinder klammerte und wo wir sie tröstend festhielten. In Deutschland in den frühen 90ern schien alles geregelt. Es schien alles okay. Alles hatte freundliche Regeln. Als wir bei einer Bewerbung für ein Austauschjahr etwas typisch Deutsches mitbringen sollten, brachte ich eine Hausordnung mit. Die Sozialisation in Westdeutschland in den frühen 90ern muss das wohl mit sich bringen. Dieses Gefühl, dass alles im Wesentlichen immer so bleibt, wie es ist. Dass es, wenn es sich überhaupt verändert, eigentlich nur besser werden kann. Natürlich, logisch würde jeder widersprechen, aber im Inneren scheinen vieles eben doch zu fühlen. Etwa eine Woche, ehe die allgemeine Corona-Panik ausbrach, lag ich neben meinem deutschen Mann im Bett und sagte, Ich mache mir Sorgen, dass sich das in Deutschland genauso explosionsartig ausbreitet. Und dann haben wir nicht genügend Krankenhausbetten, auch wenn mit dem Kind was sein sollte. Mein Mann antwortete beruhigend, Wenn die nicht genügend Platz haben, werden die neuen Platz machen. Das ist ihr Job. Das ist ihr Job. So, als sie entwickle die Einhaltung einer Verfahrensbeschreibung eine solche normative Kraft, dass sie die physische Realität beugen könne. Das hat mich schon immer erstaunt an den Deutschen, Sie verzeihen mir die Verallgemeinerung, dass sie nicht sehen, wie dünn die Decke der Zivilisation ist. Es liegt etwas Beneidenswertes darin. Auch ich will das. Ich wollte das schon immer. Gerade in der Klimakrise. Ich gebe zu, ich mache mir viele Sorgen. Es war einfacher, als ich allein war. Aber jetzt ist da dieses Kind, gerade drei Jahre alt, geboren in eine Welt, für die es nichts kann. In eine Welt, die sich sicher sehr radikal verändern wird und nicht notwendigerweise zum Einfacheren. Und die meiste Zeit bin ich zuversichtlich. Aber oft genug raubt es mir den Schlaf. Wie wird die Welt sich realistisch verändern, wenn das Klima sich verändert, wenn Ernten ausfallen, wenn riesige Gebiete ohne Trinkwasser bleiben, wenn Massenmigration entsteht, vermehrt Naturkatastrophen auftreten, Schädlinge sich unkontrolliert vermehren, ganze Branchen wegbrechen. Sollte man den drastischen Fehler begehen, solche Momente der Angst, um sein Kind öffentlich zu kommunizieren, gilt man schnell als hysterisch, gerade in Bezug auf das Klima. Die Bedrohung ist so abstrakt, dass es irrsinnig erscheint, reale Ängste um einen realen Menschen zu kommunizieren. Weil man eben heimlich glaubt, dass alles so sein wird wie immer. Es wird schon nicht so schlimm. Irgendjemand wird irgendetwas tun. Das ist deren Job. Generell ist das Aussprechen von Ängsten, Fehlern und all den anderen unschönen Dingen des Lebens nicht sonderlich beliebt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich gebe zu, Angst ist kein guter Debattenbeitrag. Sie kann kein konstruktiver Mauerstein einer sinnvollen Politik sein. Dann wiederum ist die heimliche Annahme, dass alles so nicht so schlimm wird, eben auch wirklich kein rationales Denken. Angst hat eben nicht nur für jedes Individuum eine schützende Funktion, sondern kann auch ein gesellschaftlicher Warnmechanismus sein. Und bislang durfte dieses Land einige bemerkenswert angstfreie Jahrzehnte verzeichnen. Ich nutze also diesen Moment, in dem die ganze Welt ihren Atem anhält, in dem wir uns zurückbesinnen auf die systemrelevanten Dinge in unserem Leben, um zu sagen, ich habe Angst. Es ist eine ruhige, altbekannte Angst. Wie eine Wachsamkeit. Ich lese aufmerksam die Nachrichten. Und in jeder sehe ich eine potenzielle Entwicklung der Gesellschaft und der Welt. Tausend Möglichkeiten spannen sich vor mir auf. Alles, was schief gehen kann. Und alles, was besser werden kann. Und ich versuche aktiv, alles für das Letztere zu tun. Wenn ich mit meiner Tochter am Waschbecken stehe und beim Händewaschen zweimal Happy Birthday singe, dann hat das einen dystopischen Anklang. Eine entfernte Erinnerung daran, wie ich selbst so klein war und meine Mutter in unserer ukrainischen Wohnung mehrmals am Tag Staub wischte, weil der Staub radioaktiv war. Ich erinnere mich, wie sie mit beklommenem Herzen ärztliche Untersuchungen für mich zu einem Spiel gemacht hat. Wie sie mir fröhlich unter dem Fenster des Krankenhauses gewunken hatte, das sie aus Hygienegründen nicht betreten durfte. Es gibt kaum etwas so herzzerreißendes, wie schwierige Umstände in Kinderspiele zu verpacken und aufmuntert zu lächeln, wenn einem selbst nach Weinen zumute ist. Corona wird kommen. Es wird schlimm sein. Und es wird vorbeigehen. Es wird eine Gesellschaft nach Corona geben. Dies ist kein Weltuntergang. Aber es wird hart. Und die Zeit nach Corona wird nicht wie die Zeit vor Corona sein. Angst zu haben, ist in so einer Situation nur natürlich. Bevor sie denken, dass ich hier Panik verbreite, müssen sie etwas über meine Angst lernen. Ich kenne sie. Ich liebe mit ihr, seit ich denken kann. Es ist eine sehr spezifische Angst davor, dass das Leben sich radikal verändert und man nicht weiß, was danach kommt. Bei mir war es erst Angst vor dem Tod, der in frühem Kindesalter eine realistische Option für mich wurde. Dann die Angst vor dem großen Umzug nach Deutschland und vor der völligen Orientierungslosigkeit meiner Eltern. Ich war in Tel Aviv, als nach vielen Jahrzehnten die erste Rakete darauf abgeschossen wurde. Als ich mit all den anderen Passanten unter den Sirenen des Luftschutzalarms in einem Treppenhaus stand, sah ich diese Angst in ihren Augen. Als wir den Aufprall merkten, sah ich in die Gesichter der Leute, die sich bis eben in einer europäischen Stadt gewähnt hatten, die dachten, der Krieg sei irgendwo im Süden, nicht so ganz real, die eigentlich mehr mit Düsseldorf als mit Hebron zu tun hatten. In diesem Moment sah ich den Glauben platzen, dass morgen notwendigerweise so sein wird wie gestern. Ich stand in Kiew auf dem Maidan auf Autoreifen, als die Warnung kam, dass der Berghut angreifen würde. Neben mir stand eine 19-jährige Studentin. Sie weinte. Ich fragte sie, »Wenn du Angst hast, warum stehst du dann hier?« Sie antwortete, »Wohin soll ich denn gehen? Es gibt nichts mehr, wenn ich gehe.« Die Erkenntnis, dass die Umstände sich ändern, so oder so, dass man zum Handeln verpflichtet ist, die kennen diese Menschen. Sie ist sehr hilfreich. Über meine Angst müssen sie verstehen, dass sie mich stark macht. Weil ich nicht in die Illusion flüchte, dass alles irgendwie magisch gut werden wird. Weil ich verstehe, dass alle Behörden dieser Welt, alle Ansprüche, alle Versprechen im Zweifel von nichts retten werden. Aber diese Erkenntnis ist mir nicht neu und so habe ich aus ihr die Fähigkeit zum Handeln entwickelt. Ich mache nicht umsonst Politik. Ich verstehe, dass jede meiner Handlungen einen Einfluss auf die Zukunft hat. Jeder Mensch, dem ich helfe, jede Regel, die ich auf den Weg bringe, alles verändert Leben. Wer einmal begriffen hat, dass eine Gesellschaft kein statisches Gebilde ist, der ist frei, sie zu gestalten. Der ist kein machtloses Opfer. Es bringt nichts, die Augen davor zu verschließen, dass die Welt einige sehr, sehr ernsthafte Probleme hat. Und ja, es wäre für mich viel erträglicher, wenn ich nicht dieses zarte, mir anvertraute Leben hätte. Wenn ich nicht eine kleine Hand in meiner hielte und zwei große braune Augen, die mir bedingungslos vertrauen und die darauf bauen, dass ich alles kann und alles weiß und sie vor allem beschützen werde. Doch für mich ist dieses Vertrauen der Grund, warum ich arbeite. Ich verstehe, dass ich keine Option habe, als den Problemen der Gesellschaft zu begegnen. Ich habe Angst vor aufsteigenden rechtsextremen Bewegungen, dann muss ich wohl Online-Radikalisierung studieren und Vorträge darüber bei der Polizei halten. Ich habe Angst vor Klimawandel, dann muss ich wohl demonstrieren gehen und mich in Parteien engagieren. Ich habe Angst davor, dass das Bildungssystem den Anschluss zur modernen Zeit verliert. Dann muss ich wohl Projekte vorantreiben, die Bildung für eine digitalisierte Welt denken. Indem ich diese Arbeit tue, finde ich etwas Wundervolles. Andere Menschen, die ebenfalls kämpfen, deren Angst und Hoffnung ich teile und wir werden immer mehr. Mit jedem Jahr meines Lebens lerne ich mehr Menschen kennen, die verstehen, dass die Zukunft in ihren Händen liegt. Sie sind freundlich und solidarisch miteinander. Sie sind unermüdlich in der Arbeit, die sie investieren. Und so habe ich wenigstens das. Wenn ich meine kleine abends ins Bett bringe, wie meine Mutter mich seinerzeit ins Bett gebracht hat, dann kann ich ihr nicht versprechen, dass ihr Leben friedvoll und voller Wohlstand sein wird. Aber ich kann ihr versprechen, dass ich alles tue, um das zu erreichen. Genau wie meine Mutter. Und da meine Mutter ihr Versprechen gehalten hat, ist das der Maßstab, an dem ich mich messe. Ich werde ihr alles mit auf den Weg geben, um sie auf ein abenteuerliches Leben vorzubereiten. Eine Fähigkeit zur Improvisation und zum Problemlösen. Frustrationstoleranz. Einen reichen kulturellen Schatz, auf den sie in schwierigen Momenten zurückgreifen kann. Lieder, die Fähigkeit zum Vernetzen und Freundschaften schließen. Freundlichkeit, Herzensgüte, Entschlossenheit. Wer sich abhängig vom Status Quo macht, der gibt sich der Ohnmacht hin. Selbst wenn man das nicht merkt. Es gibt aber einige Dinge in uns drin, die berührt weder der Status Quo noch die Veränderung. Die kann man nicht verlieren. Sie begleiten einen das ganze Leben und durch alle Situationen hindurch. Liebe, Musik, Hoffnung. Sie beseitigen die Angst nicht, aber sie machen Kraft aus ihr. Ich hoffe, dass aus dieser Episode viele mit der Erkenntnis herauskommen, was sie alles verändern können. Was alles in unserer Hand liegt. Dass wir in der Zeit nach Corona begreifen, dass Ignorieren globaler Herausforderungen keine Option ist. Und dass wir handeln lernen. Für meine Tochter von Marina Weisband von Marina Weisband. Die Erkenntnis von Marina Weisband. Die Erkenntnis von Marina Weisband.